Hi liebe Leute, ich möchte euch einfach über dieses Forever Produkt berichten und zwar es geht um Forever Marine Maske. Das ist eine Maske, die man auf dem Gesicht so auftragen kann und damit das Gesicht auch so sehr schön wirken kann. Und das Produkt enthält einfach Aloe Vera, Gurke, Meeres Mineralen, Rosmarin und König. Und das ist einfach ein sehr gutes Produkt, weil das Produkt reinigt, bohren tief und spendet Feuchtigkeit für sanftweiche und strahlende Haut. Es ist einfach für eine praktische Anwendung, direkt aus der Tube und lässt Fähigkeiten vermindern. Also Antimüdigkeit Effekt wirkt jetzt auch und es ist auch eine SOS Maske für durstige Fadenhaut. Also gönnen Sie sich einfach 20 Minuten Urlaub, wenn Sie einfach diese Maske benutzen und Sie werden einfach die Wirkung auch sehen auf Ihrem Gesicht. Es wird einfach jünger, Sie werden einfach jünger aussehen und das ist einfach für jeden Hautzustand geeinigt und hat einfach eine einfache Handhabung. Und man kann das auch als Gesicht, Dekolleté und Körpermaske verwenden und die Eigenschaften sind einfach sehr gut und strahlend. Und das wird einfach auf die Haut sehr schön und das ist einfach, es spendet uns einfach die Feuchtigkeit und man wird einfach jünger und das ist einfach sehr schön. Ich empfehle euch einfach, das Produkt auch zu benutzen und zu probieren, wie es wirklich auch ist. Und Sie werden einfach auf meine Webseite schreiben, was Sie da als Argumente haben, wie es einfach war und ich freue mich einfach. Und ich freue mich einfach.